Hey, Doktor! Ich hab den Diamanten! Wow, Flötennase. Danke. Laura, der ist nicht für dich. Aber wenn du willst, kann ich dir auch einen besorgen. Mit einem Ring dran vielleicht? Flötennase, wovon zur Hölle redest du? Nichts, nichts. Papa! Wollmäuschen. Wollmäuschen? Ich hab dich überall gesucht. Ich bin so froh, dass du noch lebst. Meine kleine Wollmäus. Ich wusste, dass du es schaffst. Wann bist du nur so groß geworden? Egal. Für mich wirst du immer mein kleines, süßes Mädchen. Wer ist denn der junge Mann da? Papa, das ist Robert. Er hat mir geholfen. Ach so. Was genau hast du denn mit meiner Tochter zu tun? War, äh, nichts. Wir haben uns gerade zum ersten Mal getroffen. Papa, lass doch Flötennase in Ruhe. Er ist echt nett. Die sind am Anfang immer nett. Mir hat es schon immer vor dem Moment gegraut, in dem mein kleines Mädchen... Warte. Flötennase? Du hast überlebt? Ich, äh, weiß nicht, was ihr meint. Du musst mir jetzt gut zuhören. Seit Anbeginn der Zeit gibt es eine geheime Dynastie, die Asposien regiert. Die Mitglieder dieser Dynastie hatten Instrumente als Nasen. Sie brachten den Wind nach Asposien. Sie konnten den Wind kontrollieren, indem sie Musik auf ihren Nasen gemacht haben. Nicht kontrollieren. Sie haben ihn entstehen lassen. Aber die Windmönche... Die wurden vom Oberhaupt der Flötennasen ernannt. Sie sollten den Willen der Dynastie ausführen. Ein Mönch für jeden Brunnen. Die letzten drei vor dem Untergang der Dynastie waren Maleus, Pandur und Conroy. Conroy hatte sehr eigene Ideen, was seine Herrschaft anging. Oh Mann, ich kann mir denken, was passiert ist. Aber warum denn nicht? Weil ich einfach nicht gestatten werde, dass ihr die Todesstrafe wieder einführt. Aber... Das war mein letztes Wort. Wir können ihn so nicht weitermachen lassen. Er ist eine Gefahr. Ich weiß. Bald schon kann er mit uns spielen. Ach Schatz, er versucht immer noch ständig, seine eigene Hand zu essen. Gib ihm doch noch ein bisschen Zeit. Zu diesem Zeitpunkt kam Conroy in meine Werkstatt. Ich weigerte mich, ihm zu helfen. Aber er drohte dir etwas anzutun. Ich sollte ihm etwas bauen. Abt Conroy, was führt euch hierher? Ich werde meine Meinung nicht ändern. Ich habe beschlossen, euch noch eine Chance zu geben. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, meine uneingeschränkte Macht anzuerkennen. Warum sollte ich das tun? Ich habe die Windgötter auf meiner Seite. Es gibt keine Windgötter. Es gibt nur uns. Ach ja? Bring ihn in Sicherheit! Ich habe versucht, etwas zu unternehmen. Das war meine Mutter, oder? Sie hat es leider nicht geschafft. Conroy hat dich dann mitgenommen. Warum hat er mich nicht auch einfach versteinert? Ohne dich würde es gar keinen Wind mehr geben. Immer wenn ich für ihn spielen musste? Hat sein Brunnen Wind gespendet. Nicht viel. Dazu braucht es das gesamte Orchester. Aber du hast dafür gesorgt, dass wir nicht auf der Stelle erstickten. Flötennase. Es tut mir leid, Junge. Aber du trägst jetzt die Verantwortung. Conroy lässt mich seit 13 Jahren eine Armee aus Basilen zusammenbauen. Wenn wir ihn nicht aufhalten... Was hat er vor? Der Wind wird immer knapper. Er will sämtliche Asposer versteinern, die ihm die Luft wegatmen könnten. Klingt genau nach Conroy. Habt ihr die Murmeln gefunden, die ich versteckt habe? Ja klar, war ganz einfach. Aber was sollen wir mit Murmeln? Wir können jetzt nicht spielen. Wir müssen die Welt retten. Nein, es sind Entsteinerungs-Murmeln. Wir müssen sie einem Basilen einsetzen. Nur, wenn wir das Orchester wiedererwecken, können wir Conroy aufhalten. Und dann, zu meinem fünften Geburtstag. Er hat mir erlaubt, dass ich mir selbst einen Kuchen backe. Ich dachte damals, das wäre das großzügigste, was je ein Vater für sein Kind getan hat. Und dann hat ihn dieser blöde Igel gegessen. Ja, hör mal, ich verstehe total, dass du sauer bist. Sauer? Ich bin nicht einfach nur sauer. Was isst man, wenn man sein Leben lang belogen und betrogen wurde? Er hat mich um meine Familie gebracht. Er hat mich wie Dreck behandelt. Ich bin... Stinksauer? Oh, ich bin stinksauer! So, ich habe die Murmeln eingesetzt. Das Ding sollte jetzt alles entsteinern, was härter als Apfelmus ist. Ocario, bist du bereit? Wer ist Ocario? Flötennase! Schatz, zeig ein bisschen mehr Respekt. Er ist der legitime Herrscher über Asposien. Ocario Bohe, der Dritte. Flötennase! Ocario Bohe, der Dritte. Das klingt viel besser als Robert. Ich finde immer noch, dass Robert schöner klingt. Nein. Ach, Junge, warum musstest du denn hier rumschnüffeln? Jetzt muss ich euch alle umbringen. Laura, schnell! Flötennase auf! Nicht schon wieder! Genug! Lass die Basilien los! Ich war viel zu lange nett. Wenn wir sterben, stirbt Asposien. Oh! Wow, interessant, dass ich das ohne einen Kratzer überlebt habe. Oh nein! Jetzt habe ich einen Entsteinerungs-Basilien, aber er ist kaputt. Ich hätte damit keine Bruchlandung hinlegen sollen. Und offenbar scheinen nun alle und alles versteinert zu sein. Sogar das Blumenbeet sieht versteinert aus. Oder tot. Ein Beet von verwelkten Niktarinen. Die Welt wird immer dunkler. Ja. Und wenn du stirbst, kleiner Robert, dann stirbt die Welt. Nein, die leben nicht mehr. Ach, die brauchen ja eh keinen... Wenn die tot sind, brauchen die ja keinen Sauerstoff mehr. Ein glänzender Schild. Wenn ich hineinschaue, sehe ich das Bild eines Thronfolgers. Oh Mann, wo bin ich hier nur hineingeraten? Das frage ich mich auch. Es ist ein richtiges Game of Thronfolger. Gut, der war mies. Hui, wir haben ein Schild, wo wir uns drin spiegeln und die Motorhaube ist offen, oder? Da ist das Hirn des Basilen drin. Ach du heilige, das Hirn. Fest verschlossen. Kriegen wir das irgendwie auf? Vielleicht mit dem Schild aufgebrochen? Das könnte spa- Ja, Spaß für Spaß haben wir keine Zeit. Einen Bremsschirm. Der Vater hat an alles gedacht, aber wir müssten natürlich den Vater und die Laura auch wieder retten und überhaupt alle. Okay, und wir kriegen natürlich auch nichts daraus. Nenn ihn doch einfach Fuchur. Natürlich nicht. Ich gehe mal zum Empfang und gucke mal ganz kurz, ob unser Freund noch da ist. Der ist bestimmt auch schon versteinert inzwischen. Ne, der ist offenbar nicht. Schlaf ins Fosfos. Guck mal, wie süß. Es braucht Wind, um wieder aufzuwachen. Naja, ein bisschen Zunge wird ja schon dabei sein. Du bist ja jetzt Herrscher. Hui. Haben wir ein schlafendes Fosfos einfach mitgenommen. Das werden wir schon noch brauchen. Sind wir also wieder zurück hier am Ort des Geschehens. Ich freue mich sehr. Was hat er denn da jetzt? Kaugummis. Warum liegen da Kaugummis? Und was ist mit den Keksen passiert? Die gibt es nicht mehr. Seitdem irgendjemand versucht hat mit meinem Rührgerät Glatsplitterrost und Steinstaub zu mixen. Kaugummis sind toll. Wer macht denn sowas mit dem Rührgerät? Das verstehe ich nicht. Au. Die sind ja steinhart. Was ist mit den Weichkeksen passiert? Die gibt es nicht mehr. Seitdem. Wer macht denn sowas? Ja, das frage ich mich auch. Wenn die steinhart sind, könnten wir theoretisch, wenn der Basyl alles entsteinern kann, was härter ist als Kartoffelmus, äh, als Apfelmus, dann müsste das mit den Kaugummis ja eigentlich auch gehen. Die sind halt hardcore. Okay, gehe ich mal raus aus der Pforte. Mal gucken, was draußen in der Welt passiert ist. Wie geht es denn unserer Freundin? Die lebt noch. Und da ist noch ein schlafendes Fosfos. Die Motten sind aber weg. Das sind aber zwei Fosfosse. Weiß denn die Schrofoline noch irgendwas, was hier passiert ist? Hallo. Ein wenig einsam, aber ganz nett. Ich habe mich vorhin mit einer Stechmücke angelegt. Boah. Und? Sie zersetzt sich gerade in meinem Magen und macht Mundgeruch. Das kleine Miststück. Man riecht das doch nicht etwa. Nein, nein. Ach, also doch. Ich wusste es. Ist es sehr schlimm? Man riecht es kaum. Also im Vergleich zu vorher ist es schon Wohlgeruch. Wenn ich daran denke, was da vorher aus der Magengrube gesickert ist, das möchte man jetzt auch nicht. Man sieht ja, was aus der Welt hier hinten geworden ist. So. Mundgeruch. Immer ein schönes Thema. Sollte man Frauen immer darauf ansprechen. Einfach mal sagen. Boah. Du bist wunderschön, aber du stinkst aus dem Hals wie eine Biotonne im Hochsommer. So. Mundgeruch ist doch nicht so schlimm. Putz dir doch die Zähne. Nein. Die Bürste müsste schon aus Edelstahl sein. Da lässt sich doch bestimmt was machen. Ich habe gehört, das Kauen auf Wurzeln soll helfen. Davon bekomme ich Sodbrennen. Aber danke, Süße, dass du dir um mich Sorgen machst. Ach, Schrofeline. Ach, die beiden sind so süß. Obwohl ich, also jetzt nicht so in dem Sinne ihr Herzchen und Blütenzauber, sondern mehr so im Sinne von, Alter, das Ding hier verstört mich einfach hier vorne. Das verstört mich einfach auf jede Art und Weise so grün und haarig. Das darf nicht sein. Höchstens bei Skihalk. So. Basilen. Ich sage immer Basylen, aber eigentlich Basilen. Hast du die riesigen Basilen gesehen? Klar. Der eine hat mich blöd angeguckt. Da habe ich ihm erstmal meine Meinung gesagt. Und du bist nicht versteinert worden? Nein. Ich lasse mich doch nicht von diesem hässlichen, haarigen Vieh versteinern. Wow. Du bist wirklich tapfer. Aber von dir würde ich mich sofort versteinern lassen. Ja, später vielleicht. Ja... War nett, mit dir zu plaudern. Fand ich auch. Kannst mich gerne wieder besuchen. Okay. Aber allein. Okay. Ja, wir waren doch jetzt allein. Was mit dem, was mit dem Schrof eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Hier mit dem Ziegelstein können wir nichts mehr machen. Irgendwann wird den oben wieder reingedrückt. Und geht das jetzt eigentlich noch, wenn wir jetzt hier... Eigentlich müssten hier oben die Augen leuchten. Sie tun es aber nicht. Aha. So. Continuity-Fehler. Freue ich mich immer. So. Jetzt aber weiter. Wir müssen gucken, was wir hier machen können. Wir haben jetzt zwei schlafende Phosphors. Hier ist immer noch die Skizze. Wenn man Reminepo anders buchstabiert, kommt Mineralpo raus. Nein, natürlich nicht. War nur ausgedacht. Gut. Dann gibt es die eben nicht. Hier vorne liegen übrigens noch Kekse. Die sind bestimmt übrig geblieben. Können wir mit Steve eigentlich noch ein Gespräch führen? Ein klärendes. Jetzt sagt er, euer Gnaden. Das hätte er auch vorher mal raushauen können. Wir müssen die Dynastie retten. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mit der Dynastie ist alles in bester Ordnung. Erst gestern hat Okario Boe 2 zu dir gesagt, was für einen tollen Job ich hier mache. Mensch, Steve. Jetzt wach endlich auf. Was redest du da für einen Unsinn? Ich glaube, der braucht einfach mal richtig einen auf den Kopf. Aber so richtig drauf auf die Omme, damit er wieder gerade ausdenken kann. Wir müssen... Nein, ich muss gar nichts. Warum kann ich den Spiegel denn nicht haben? Rühr ihn nicht an! Steve, wenn er den Spiegel haben will, dann gib ihm das Ding. Nein, wenn du meinen Spiegel nicht in Ruhe lässt, verweise ich dich des Hauses. Weißt du eigentlich, mit wem du gerade redest? Vor dir steht Okarius Junge. Kann nicht sein. Der Thronfolger ist doch ein Baby. Aber das bin ich. Ich meine, das war ich. Ich bin das Baby. Du siehst nicht aus wie ein Baby. Ich muss mich für meinen Kollegen entschuldigen, euer Gnaden. Er ist ein Idiot. Ja, der ist... Also... Da widerspricht der auch nicht. Der weiß das offenbar. Ich würde den Spiegel auf jeden Fall zurückbringen. Unter gar keinen Umständen. Gib ihm den Spiegel, Steve. Du hast mir nichts zu befehlen. Aber er. Gib ihm den Spiegel. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ich glaub, ich muss ihn feuern lassen. Also... Mit solchen Bediensteten kann ich das Spiel nicht durchspielen. Das geht einfach nicht. Also... Man bringe mir bitte meinen Champagner jetzt. So. Piet. Peter. Was los? Piet, kannst du mir helfen, den Spiegel zu bekommen? Ich tue, was ich kann, um diesen ignoranten Idioten zu überzeugen. Das habe ich gehört. Der Spiegel steht nicht zur Diskussion. Der Junge hat dir einen Befehl gegeben. Wer ist der Thron? Ich wüsste nicht, warum ich. Er ist der Thronfolger. Wir schulden den Boes gehörsam. Nein, ist er nicht. Der Thronfolger kann nicht mal krabbeln. Hey, ich kann krabbeln. Ich krabbel sogar sehr gut. Das ist 15 Jahre her. Das Konvent liegt in Schutt und Asche. Öffne endlich die Augen. Hier liegt überhaupt nichts in Asche. Ich weiß nicht, warum du so etwas sagst. Hör auf! Der König ist tot und mit ihm die ganze Dynastie. Sei still! Und das nur, weil du, Conroy, die Tür geöffnet hast. Aufhören! Ich wusste doch nicht... Das hier ist alles deine Schuld. Sieh dich um! Das hier ist alles, was geblieben ist. Kein Gold mehr und keine Musik. Du hast Unglück hineingelassen. Nein! Nein! ich